würde ich über mein normales studio beherrscht aufnehmen wir das nicht machen wir das so hier nach außen das gibt mir nicht was soll ich ausmachen alexander dank dir für dein follow danke dir soll ich mit dem normalen ubs studio staaten oder was sagt man kann ich eigentlich jetzt dieses holz ich überlege gerade oder wir machen wir sowas ach quatsch nicht das oder machen wir so machen wir so kann ich die eigentlich drehen dass die dinger nach außen zeigen das wäre viel cooler geht das zu drehen also ich weiß dass man so was drehen kann aber wie ich will dass die jahresringe von dem baum nach hier zeigen nach außen wie kann ich das machen hast du lang ein stück brot muss ich vielleicht irgendwas gedrückt halten oder so ne gucken immer entgegengesetzt der oberfläche wo du ranzetzt ja aber ich habe doch jetzt in verschiedene richtungen gesetzt aha aha aber muss ich dafür muss ich dafür eingesetzt haben also dann hey wie habe ich denn das gerade gemacht ich bin verwirrt nein wie habe ich das gerade gemacht ich habe ihn gedreht an die seite nicht aha cool okay das ist jetzt nicht so cool also wenn ich jetzt hier einen hinsetze ja das war einer zu viel ich gehe mal schön schlafen ich sollte mir hier auch irgendeinen aufzug oder so bauen ganz ehrlich öfff hallo wie rein sagt man nicht das gerade weil meine tür eine spinne rumläuft ne das innere bildet quasi immer eine linie mit Okay. Mhm, mhm. Süßes Skelett. Ja, du kriegst mich eh nicht. Okay. Ich würd die gern halt hier nach vorne blickend haben, ne? Das. Also wenn ich das in die Richtung machen will, dann klappt das immer nie irgendwie. Überstehen sieht scheiße aus. Ein Wasseraufzug. Also das ist echt ein bisschen creepy hier, ne? Ganz ehrlich. Okay, da mach ich's halt so. Hm, aber wie sieht das aus? Ist jetzt die Frage. Wahrscheinlich super kompliziert, was ich hier mache. Wahrscheinlich geht's viel einfacher, ne? Jetzt ist nur noch nie große Herausforderung. Warum wird das jetzt so? Eigentlich müsste die ganze Seite nach vorne gucken. Ein Wasseraufzug wäre gut, und zweiter Breite. Links unten sehen sind für den Auftrieb. Rechte, mach mal blau. Ja, ich weiß, was du meinst. Sag mal, wir kriechen jetzt das hin, dass ich die ganze Reihe an der Seite habe. Ich kann das doch jetzt nicht die ganze Zeit so bauen. Das geht doch nicht. Das kann ich doch nicht so machen. Das sieht doch völlig bescheuert aus. Vor allem klappt das auch gar nicht so. Ja, das ist echt bescheuert, ne? Lass das gleich bleiben, ne? Oder ich... Warte, wie sieht denn das hier aus eigentlich? Nee, das sieht ja gar nicht aus. Warte, die gucken in die falsche Richtung jetzt, oder? Ja. Fuck, wie war denn das nochmal? Wie habe ich das gemacht? Du meinst erstmal alles insetzen, oder was? 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 Ach, wenn ich die Kumi nicht hätte. Okay, cool. Sehr gut. So. Oh, das ist falsch hier. Wie machen wir das denn hier? Wollen wir hier auch die Reihe... Ist das falsch hier? Das muss so sein. Die Frage ist halt... Machen wir es jetzt hier seitlich eher? Dann guck. So, oder? Wir können natürlich auch die Dinger hier wegnehmen. Und machen so überstehende. Und... So, hier, oder? Was meint ihr? Was hättest du nur ohne mich, der Mac-Profi, Marin? So ist doch cool, oder? Jetzt ist... So, wie machen wir es oben drauf? Wollen wir das Dunkle nehmen, was wir auch hier haben? Oder wollen wir das... ...ungeschälte Holz nehmen? Ich glaube, das ist jetzt eigentlich, wenn ich hier so mache. Natürlich nicht. So, aber... Ich habe heute keine Erde mehr dabei, ne? Wir bleiben, glaube ich, bei dem hier, oder? Nur jetzt, so, können wir eigentlich... Sagen wir mal, wir machen das mal noch so hier. Oh. Ich will das aber so haben. Wie hoch machen wir das Haus eigentlich? Sagen wir mal. Baum im Weg. So, die Höhe müsste passen, oder? Oh no, ich komme nicht ran da. Nein. Scheiße. Ich glaube, eigentlich ist das ganz gut so. Schon, was? Schön, dir ist auf dem Weg zu dir. Zu mir? Warum komme ich hier nicht weiter? Warte mal. Doch, komme ich. Dann... So. Okay. Gut, hätte ich mal vielleicht meine Steinblöcke stehen gelassen. Und ich glaube, unsere Achse rippt jetzt. Ja gut, ich glaube, dann machen wir das. Nein. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Ich hoffe, das ist dann auch dunkel genug, ehrlich gesagt. Shit, habe ich jetzt an der Ecke angesetzt, oder nicht? Ja, no? Ja. Habe ich. Nein, es fehlen zwei. Nein, es ist mir gerade nackt, zu machen. Äh, okay, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Ähm. Einmal falsch angeguckt und schon sitzt das falsch, ne? Obwohl, warte mal, lassen wir das... Ne, das machen wir weg. Jetzt ist halt nur die Frage, wie machen wir da Dach? Weil Dach sehen wir auch gar nicht so viel. Ich glaube, der Eingang ist hier. So große Türen gibt es halt auch gar nicht, leider, ne? Ich weiß noch nicht, ob ich das gleiche da mache, wie bei unserem Häuschen da oben. So dieses, hier dieses... Auf jeden Fall brauche ich Türen. So, schnell nach oben. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht schon wieder da oben an und mein ganzes Haus ist zugebaut mit Stein. Ah, kein Stein. Sehr gut. So. Ey, wie weit man auch die Fackeln sieht, die ich selbst da hinten gesetzt habe, ne? Unglaublich. Schon krass. Wie machen wir das Dach? Also ich, äh, schlafe. So. Oh. Oh. Warte, Knopf. Another Monster? Wo treibst du dich denn rum? Ich müsste eigentlich auch noch übel viele Bäume anpflanzen. Gerade von diesen Schwarz-Eichen. Aber ich glaube, das mache ich dann um unser Häuschen da unten. Ach, halt. Ach, halt. Ach, nee. Warte doch. Eine Tür wollte ich haben. Eigentlich habe ich da unten auch eine Werkbank. Eigentlich Blödsinn. Ein Webstuhl? Kann ich damit einen Teppich herstellen oder so? Ich habe halt keine Seide, ne? Ein Kartentisch bräuchte ich eigentlich auch. Aber da habe ich kein Papier. Da gibt es noch einiges, was ich bauen kann. Eisentür wäre zu abgefahren, oder? Für so ein Haus, was wir davor haben. Kann ich eigentlich aus... Oh. Gut. Warte mal, ich will... Moment, kann ich daraus eine Tür machen? Nee, ne? Okay, wir brauchen keine drei. Wir brauchen eigentlich nur zwei, aber okay. Enderman. Ach, ein Enderman. Oh, der ist mir doch ganz am Anfang, als ich auf dem Server gedroint bin. Kann ich eigentlich auch so eine Pilze, so eine Riesenpilze anpflanzen? Also wenn ich die abbaue, kommen dann auch so Setzlinge raus? Das ist ja ein bisschen, was ich gar nicht gedacht habe, an Fenster. Aber was macht man, was soll man für Fenster machen? Hier nur so eine kleineren? Gut, da gucken wir direkt auf den Baum. Nur in der Dunkelheit. Ich glaube, wir machen das so... Ich glaube, wir machen das so... Oder ich mache hier... Nee, sieht doof aus. Ach, shit. Ich muss da echt mehr aufpassen, ne? Wo ich die Dinger ransitze. Also ich hätte halt so eine Setzlinge, ne? Aber... Doch, dann wäre das richtig, ne? So rum. Ich glaube, wir nehmen mal den Baum hier weg. Ach, ich mache mir jetzt ne Axt. Das ist ja nervig. Ähm, ich mache mir Beine aus Stein jetzt so. Wann haben wir eh genug? Warte. Welche habe ich jetzt abgebaut? Gucken wir raus. Hier raus. It's my time. Danke dir für dein Follow. Also nicht, ja, von diesen Setzlingen kann ich dir echt genug geben, ne? Geil. So, dann ist das ein bisschen besser hier. Okay. Zu viel der Lava sehen. Entschuldige bitte. Ich habe halt weit, weit weg von euch gebaut. Ähm. So. So. Wie sieht denn das jetzt von vorne aus? Scheiße. Nein. Obwohl. Obwohl. Ja, doch. Vielleicht doch. Okay, cool. Ich weiß noch immer noch nicht, was wir für ein Dach machen wollen. Ich müsste mal eben Glas holen gehen. Ich müsste mal eben Glas holen gehen. Aus welchem Material wollen wir das Dach machen? Das ist hier die Frage. Das ist hier die Frage. Ich glaube, ich nehme das normale Glas oder nehme ich unsere Glasscheiben. Aber die Glasscheiben sehen Kakaos bei einem Block. Obwohl, warte. Ich nehme mal beides mit. Ich packe mal beides ein. Wo haben wir eigentlich... Eigentlich können wir auch schon anfangen, einen Weg zu bauen. Oh. Oh. Okay. 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 respond Oder? Hm, hat irgendwie nicht so ganz was von dem Hexenhaus. Aber vielleicht kriegt er es ja noch hin. Ich würde wahrscheinlich für die Dinger hier das Glas nehmen. Oh, da war es ein kleiner Blöck, da bist du bei mir, oder was? Okay, was haltet ihr davon, was meint ihr? Eigentlich brauchen wir jetzt, wir brauchen tatsächlich ein Steindach, ne? So, theoretisch. Ich kann mal nicht ran, oder? So, blöd. Okay, okay, warte. Ich muss unbedingt Sand holen, um die Seite hier aufzufüllen, das nervt mich übertrieben, ne? War das so hier? Hm. Durch den Kompass, Kompasse kannst du in dem Sitzigen oder anderen Fünzen... Jaja, das weiß ich mit dem Knochen mir, das, äh, weiß ich. Das ist mir bekannt. Hm, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das da vorne mache, ne? Huch, warte, welche Höhe habe ich denn jetzt noch? Nee, ist auch mal das Kacke. Ah ja, mhm. Ohne Möglichkeit. Ey, manchmal, ne? Manchmal, kann ich ein bisschen ausflippen. Vor allem, weil das nur bei dem Eingrad hier nicht funktioniert. Äh, okay, was war das? Oh, okay. Oh, komm schon, setz dich doch andersrum, ey, das ist halt so ein Nerven. So. Okay. Äh. Ich hab meinen Stein. Den Dreh hab ich noch nicht so ganz... Also. Was mach ich falsch? Ich muss das untere Ding davon anweseln, glaub ich. Ich muss immer da unten hingucken, ne? Oh. Okay, ich hab den Fehler gefunden. Mhm. Ich glaube, ich geb mir jetzt ein Badcraften, was ich da rein stelle. Ja, ich bin schon dabei, Ninja. Ich lauf schon zu meinem Häuschen. Ich mach mir auch gleich ein Bett. Ach, wie ich auf den Sonnenuntergang stehe von hier oben, ne? Find ich übel gut. Okay, hier bin ich noch mal. Gut. Wie ist das? Ach, danke. Okay. Okay.